So. Also von mir aus könnte er starten. Ja? Juri? Ja, ja, let's go, let's go, let's go. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin an der Masse, ne? Ja, verurteilt uns bitte nicht, dass wir EW spielen. Das ist ein Female Cup von GameX-Veranstaltungen und dem Thema Multi-Fest. So. So. Das wird jetzt ein Sweaty Game, ich sag's dir. Es wird wohl sein Gestirn gekriegt. Kennen wir irgendwoher. Hast du dich getan? Nein. Error. 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 Sie macht die Michelle, Alter. Göttlich, Alter. Jetzt bin ich im falschen Team. Wow. Suchen und zerstören. So. 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 Ja. So. 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 Das kann so schön werden jetzt. Disconnected. Disconnected. So come on. Ah. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Gute Arbeit! Bereit machen für die nächste Runde! Am Struggle des Todes? Ja moin! Ich habe mich schon gesehen. Hi Julia! Ich laufe über B. Ja, ich gehe gut drauf. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken! Mitte, Mitte, Mitte! Schön! Ich habe sie nicht gesehen, Alter! Schade! Oh mein Gott, ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen! Ich bin an irgendwas hängen geblieben und dann checke ich erstmal, dass das überhaupt so real ist! Mega! Kann man sich gönnen, Alter! Erstmal ohne Spaß! Bra! Suche und zerstören! Zerstört das Ziel! Wir haben die Bombe! Ein Knopf! Jetzt hängt alles von dir ab! Der Druck zählt auf dich! Das bist du, ne? Sie hat mich gesehen. Safe call. Nein. Ich weiß es nicht eigentlich. Ich habe sie ja nicht in die Richtung geguckt. Der Druck, oder? Scheiße. Fuck! Fuck, 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 fuck! Okay. Marokai, danke schön für den Follow. Und Dami, hi. Suchen und verstören. Okay, lass jetzt los spielen, Alter. Ich bin gerade wirklich aufgeregt. Ich auch. Das wachs ich gerade ab. Ja, okay. Das tut gut. Das ist gut. Konnte BWM. Das ist die Lachrunde. Das ist die Lachrunde. Das ist die Lachrunde. Oh, hast du richtig gesehen. Gott, Schmaß. Das kann jetzt richtig knapp werden, wirklich. Wir spielen jetzt bloß alle CPL-Maps, also alle Maps, die eben im Dings vorkommen. Also wir spielen Crusher, Retulation und Breakout noch. Ja. Suchen und zerstören. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Sag mal was. So. Beide sind da. Ich hab kein Movement. Aua. Nice. Oh, du musst Zeit spielen. Wir haben die Bombe. Ja. Schade. Wir haben verloren. Hol sie euch in der nächste. Ja. Wir haben verloren. Hol sie euch in der nächste. Gaaah. Oh. Verteidig das Ziel. Tschö. Einfach push mich so lang. Nur du bist noch am Leben. Oh. Mein Gott. Quatsch. Ich hab gedacht, die sind alle beide noch mit. Naja. Suchen und zerstören. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Was? 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 Loll. Was war das denn? Warteil. Ja. Fing 15 Hammer. Raus. Ja. 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 das ziel aber mein gott mittel 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 alter das war gerade schon wieder so teilen ich gucke top und genau in dem moment wo ich top weg gucke kommt sie top aua zerstört das ziel wir haben die bombe So letzter Punkt, come on. Stopp. Lol. Mitchell. Gib bowling um. Chill, 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 chill. Okay, schön. Maxim. Vier, sechs. Komm mal, Locke noch raufhauen. Wir müssen gegen sie einfach ein bisschen slower spielen, weil Julia und Teschi sind einfach, also Brina sind einfach wirklich welche, die gerne pushen. Das sind keine defensiven Spieler. Wir müssen jetzt einfach komplett umdenken. Wir können... Suchen und zerstören. Genau. Verteidigt das Ziel. Also ich bin jetzt nicht so arg krass, dass wir uns jetzt in jeden Scheiß Hedlidge oder so stellen, weißt du, aber eben einfach ein kleines bisschen slower spielen. Das wird nicht noch einmal passieren. Weil wir haben eben davor bloß gegen sechs bis sechs Spielerinnen gespielt und das kann man eben einfach null vergleichen. Ach, jetzt wollen sie doch Scorch spielen. Ach, die kleinen Arschlöcher. Nö. Oh mein Gott. Naja, und dann nehmen wir Crusher und... Willst du lieber Wetalation spielen oder Breakout? Also ich wäre lieber für Breakout, um ehrlich zu sein. Oh. Bei Breakout war mir heute eigentlich gut. Eigentlich. Kann man. Ja. 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 Und dann gibt es eine Norway- tetra�ne. Ja. Okay. Ähm. guckst du mal slow ein bisschen b ich guck mal hier jetzt einfach wirklich kommen lassen ja beide richtig mitte oder nice siehst hier siehst du hier bei mir die nächste runde so können uns zerstören zerstört das ziel lasst alle bei der mitte gehen guck du mal rechts hier oben den warren ab bitte hat sie dich gerade mit der net gekürzt hat hier die absoluten day spots einstudiert oder was ich glaube es nicht ja wollen jetzt geht es los ich gehe mal weg schauen schau du einfach mal ein kleines bisschen mitte weh gestern eines ich weiß nicht wie die kauf ja okay lasst mir eben kein mann ohne müsste das spiel doch gleich an einem dann hat es angefangen mag das ist jetzt zweite map erste map ist für und julia 6 4 ausgedanken also wir haben vier punkte und die sechs das war frage kommen guck hinter uns gut hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns die korts sitzen aber krieg ich deswegen trotzdem nicht was dachte 20 30 hatte ich nicht mehr geschaut das ist finale ich bin gerade gegen julia julia und brina ist gerade alles alleine man die über die scheiß nicht ich mache obwohl kann ich das eine war oben am war und eine war oben auf long sie werden weiterlaufen zu wehungen werden dort planten kann ich dir jetzt schon sagen pass auf in den haus dort ich liebe dich ich liebe dich alter sie macht gerade das komplette spiel alleine und krieg nichts geschissen weil ich die ganze zeit ich bin einfach die die zwei tode die ich aber gekriegt habe bin ich alle beide mal wegen der fucking geld gestorben ich vermisse meine kugelsichere weste ich möchte meine kugelsichere weste wieder zurück und ich bleibe jetzt also hatte ich dir heute zwei spiele ja das andere war 20 uhr ich habe keine ahnung was sie machen ich habe ich habe sie gehört die andere parten Der Rucksack ist gerade so bequem. Okay, let's go. Ich snap jetzt nochmal. Ich versuche sie vom Warrun zu ziehen. Sie steht eigentlich jedermal runter dort. Nein, sie ist nicht dort. Chill, 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 warte. Wo bist du gestorben? Nein, 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 Timing. Oh, leck mich einfach. Wir müssen die nächste Runde gewinnen. Ich kriege auf der Map nichts mehr geschissen. Ich spiele da nächste Runde wieder mit, ja? Wirklich, Alter. Machst du dein Rucksack auf? Ja, wir wechseln uns immer mal ab, Alter. Das ist das für Vorhine, wo ich dich so im Rucksack hatte. Bei dir war es ein Breakout und bei dir war es dann schauselt. Wir wechseln uns immer mal ab, aber das ist gut so. So soll es sein. Eins nicht. Oh, beide, beide. Nein. Gute Arbeit. Bereit machen für die nächste Runde. Hast du schön One-Shot gemacht, aber ich glaube, das war auch mal eine Night-Mod. Ja, einer. Ich habe ja gehört. Ja. Ich habe, ja, sie habe ich angehettet. Naja. Naja. Trade is da, würde ich sagen, ne? Mhm. Habe ich übrigens auch mal ein paar kleine Kids gesnackt, auch wenn sie jetzt nicht so wirklich verteidigt das Ziel. Hier verschuldet waren, aber das ist ja jetzt ein Haps, so gut scheißegal. Mitte? Oh Gott, jetzt habe ich wieder gar keinen Einhörerblock. Jetzt hängt alles von dir ab. Der Druck zählt auf dich. Feindliche Bombe bei A platziert. Wir haben verloren. Holt sie euch in der nächsten Runde. Wirklich, auf der Web kannst du mich wegschmeißen. Das tut mir absolut leid. Das tut mir wirklich absolut leid. Die letzten zwei, drei Mal und jetzt auch Storben ohne Hilfe machen. Na man. Team App ist einfach für mich absolute Aids. Ich mochte sie schon damals nicht mal, wo sie noch in CWL drin war. Ja, wir haben wenigstens den Gleichstand jetzt, falls sie noch ein Punkt sind. Oder wir halt. So sehen sie mal aus, wirklich. Wir haben die Hilfe. Schau. Ich sehe sie! Ich gehe weg, Alter! What the fuck? Ja, moin! Hatte ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Ich dachte, das ist absolut umfassbar, oder? Drei Kills. Wow! Na ja, zumindest nicht mit null Kills rausgegangen, ne? Ja. Das wäre echt peinlich gewesen. Big Play, aber richtig, Mann. Connected. 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 Nüsse, Alter! Ey! Let's do the continuation, bitte! Nicht diese Kackme... Oh, dankeschön! Ich liebe euch! Oh, klar schon! Darauf freu ich mich jetzt! Wie sieht danach dein Bild aus? Ah, da 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 da! Der Rucksack ist ab absolut real, ne? Wollen wir gleich für B gehen, oder? Ja. Stopp! Zerstört das Ziel! Wir haben die Bombe! Are you needed? Wollen wir durchgehen, oder? Ich bin da beim Bildern. Guck mal, Flag! Oh, war das deine? Oh, beide! Die geht zwischen mir. Oh, das ist deine. Okay, 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 okay. Guck. Mitte, 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 Mitte. The Cards. Warte, warte, warte. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Guck du Mitte, guck du Mitte, ich hab hier. Nein, sie kommt hinter uns, hinter uns. Walks. Wir gewinnen! Machen wir das nochmal in der nächsten Runde. Stellt sie sich erst noch in blöden Headclitch rein. Ich glaub's jetzt wohl nicht. Mhm. Ja, prima, prima, prima. Ja, prima, prima, prima. So. Suchen und zerstören. Ich probiere dich das Ziel. Verteidig das Ziel! So wehmert? Mhm. Ah, scheint nicht... In die Mitte? Die Mitte ist auch nicht. Halt ich so durch? Okay. Herr läuft! Jetzt geht es aber los hier. Was machen die? Ich sehe nicht mal einen scheiß Gegner. Das wäre was soll denn das? Die Tür ist einfach. Okay. Wirklich, ich glaube um die komplette, die komplette Map herum, Alter. Und sie einfach niemals lieben. Ich denke mir, er wäre bloß so, hä? Wo sind die jetzt bitte gerade lang gelaufen? Ja. Ja. Lass es euch pushen. Ich blente. Guck Backspawn, guck Backspawn. Ja. Oh. Oh. Was wird das? Lol, wo standest du drauf? Ich weiß es nicht. Was habe ich da gemacht? Hä? Der Feind hat unsere Bombe entschärft. Wir verlieren diesen Kampf. Rüsten wir uns für die nächste Runde neu aus. Und dann merkt man wieder mal einen guten Flugzeug. Das Finale wird nicht gecastet, weil Brina hat gestern schon Marc Bescheid gesagt, also DJ, dass sie morgen nicht kann, weil sie morgen 16 Uhr ins Frankenhaus muss. Und ähm, es wurde bis vorhin immer noch nichts organisiert, dass es irgendwie gemacht werden kann. Also falls es jetzt wirklich eintritt, dass die beiden eben ins Finale kommen. Ja. Weiter mal. Mhm. Eine Push. Nur du bist noch am Leben. Feindliche Bombe bei A platziert. Wir verlieren diesen Kampf. Weißen wir uns für die nächste Runde neu aus. Und das Ding ist einfach, wenn... äh... Marc wollte sich eben mit... äh... Gamings auseinandersetzen, weil das ja die Sponsoren sind. Und der hat sich jetzt aber nicht zurück gemeldet. Sprich, es konnte kein Anderratching ausgemacht werden. Und wir haben alle beide die nächste komplette Woche einfach keine Zeit, weil ich erstes umziehe. wie gesagt, die komplette Woche im... ähm... Krankenhaus ist. So, aber... Pff, sind sie selber schuld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, wirklich. Absolut One-Shot. Wir verlieren diesen Kampf. Ich hab nicht Spaß wieder selber gemäß. Ähm... Fluchen und zerstören Berteidig das Ziel. Oh, ein Flames, oder? Ja, Mütze. Mütze? Ja, die ist Mitte gegangen. Das hat so lange gedauert. Ich wusste, dass sie jetzt wieder von unten kommt, die liebe Julia. Julia! Juli, 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 Juli. Zerstören. Zerstört das Ziel! Mark, es wäre noch so zwei gewesen, weil eigentlich sollte die liebe Akzess ja auch noch. Tourshot-U. Nice! Gute Arbeit, Team. Macht in der nächsten Runde so weiter! Gute Arbeit, Team. Und die Leber Access hat sich bis jetzt aus allen rausgehalten. Nice, Refrag. Schön gemacht, meine Liebe. Oh mein Gott, sorry, mein Falscher, ne, 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 sorry, 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 sorry. Was ist denn so erschrocken? Suchen und zerstören. Lass mal A gehen. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Ich möchte nicht entfernen. Wir gewinnen. Machen wir das in der nächsten Runde. Oh, eine Mütung. Nur noch einer übrig. Bring es zu Ende. Was? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wo kommt sie her? Jetzt schlagen wir sie. Ist sie jetzt komplett hinten rumgelaufen, oder was? Anscheinend. Ja, okay. Ohne. Ja, schade. Oh, diese Reaktion. Wir haben zwei Reaktion. Ohne. So, wir haben die Reaktion. Ohne. Ohne. Ohne, ohne. 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 Ganz ehrlich, mehr so Scheiße gehabt hat, das verliert oder nicht. Von daher. Purina und Julia sind einfach wirklich mal gute Spielerinnen. Alter, das sind einfach die einzigen, gegen die wir in diesem Scheiß gehabt gespielt haben, die wirklich gut sind. Das ist halt mega traurig. Ganz ehrlich, das Halbfinale heute, das war sowieso absoluter Time Waste. Anders kann man es einfach nicht sagen. In einem Halbfinale in den Team 30-10 wegzuhauen, ey. Und bei Purina und Julia war es ja nicht anders, ne? Die haben gegen Team JT gespielt und haben 31-9 gespielt. Was ganz ehrlich, ne? Wir hätten auch anders gespielt gegen Team JJ, wenn wir einfach eingespielt wären. Suchen und zerstören. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Durchschauen, 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 durchschauen. Hinter der Bombe, hinter der Bombe. was 16 14 aktuell sieben fünf sind zwölf kommt gerade nicht hinterher doch mag ich könnte aber auch sagen warum es reine zeitverschwendung ist ich habe sie schon angeschossen hat okay dann war sie nicht im ersten map 46 gespielt dann haben wir sieben drei gespielt und elf punkte 16 14 wir brauchen ja doch passt schon so alle beide hoch flank hochhilfe trafen wir müssen ein bisschen schneller spielen alter ohne must oder für mich so lange an der mitte warten ich gehe jetzt mal an wo ist die ja beide Jetzt hängt alles von dir ab. Der Druck zählt auf dich. Feindliche Bombe bei B platziert. Wir haben gewonnen, aber nicht mehr schlagen wir sie. Ohne Mist, Alter, das ist halt... Was will ich mit einer Ehren auf Long-Wage machen, Alter? Au! So, come on. Mhm. Ich stresst mich gerade richtig. Wir suchen und zerstören. Direkt auf A, die noch plant? Oder auf dir? Ja, okay. Wir haben die Bombe. One-Shot. Andere. Wir haben die Bombe. Hä? In der nächsten Runde schlagen wir sie. Sie kennen sich auch. Nee, Dustin, ich werde danach den Dings da nicht mehr spielen. Also... Also, heute nicht mehr spielen. Ich denke, sie wird's falsch. Ja. Verteidig das Ziel. Arbeiten. Arbeiten. Meinst du, dass sie plantet? Ich weiß nicht. Wir gewinnen! Nee, sie plantet nicht. Alter, Mann, Herr. Alter, Mann, Herr. Ja. Okay. Wir gehen bald. Ich war schon. Wo? Wir gehen zurück. Ich lasse auf. Ich lasse auf. Nice. Zwei Punkte. Zwei Punkte für Win, drei Punkte für Unentschieden. Nicht in die P-afel-Store-Store. Verteidig das Ziel. Das hier geht halt nicht B. Müsste A oder Mitte werden. Nice. Ich weiß nicht wie der Callout heißt? Das war voll. Pi vor hinten, oder was? Ja, ist hier beim Ring. Warte. Nice. Nice. Nice, nice. So, komm, noch ein Punkt. Dann haben wir win. Dann haben wir win. Auch wenn du mich die letzten zwei Maps einfach durchgecarried hast. Aber... Alter, wirklich, ne? Ich hab dazwischen eine viel zu große Pause bewacht. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich muss die ganze Zeit wenn überhaupt durchspielen und sonst... Egal, es geht ja drauf. So, und jetzt lass einfach, jetzt lass einfach wirklich... Wir haben die Bombe. Tschön. Einfach tschön. Mhm. Okay. Flank. Flank oder Mitte. Die Bombe wurde platziert. Flank. Oh mein Gott, beide. Okay, okay, komm zu mir, jetzt komm zu mir bitte. Ich hab Medic und du hast linke Seite einfach. Medic. Medic, absolut One-Shot. Auf alle. Nein, ich hab auch. Nice win. Wir gewinnen. Ich verteid' ich das Ziel. O. B. Eine. Eine Kuh. Eine. Rechts. Alle beide. Alle beide. Bombe. Kommt wieder Medic. Medic. Ja. Ist an der Ecke. Geht wieder. Äh. Richtig. Feindliche Bombe bei B platziert. Ich bin überfordert. Oh, ich bin überfordert. Nice. Ich bin... Ich bin... Diese... Sie spielt halt einfach so mit mir. Alter, ich kann nicht mehr. Mein Herz. Aha. Super. Sehr gut, ne? Suchen und zerstören. Zerstörtes Ziel. Connected. Darf ich dich auch töten? Ah! Gut gemacht. Meldet euch zur Einsatzanalyse. Channel switched. Ach ja. Äh. Mark und Dustin. Dankeschön. Wir haben's gewonnen. Oh. Wir haben's gewonnen. der carry war absolut aber gut dass mir ist immer keine ahnung dass wir uns immer abgewechselt haben hat richtig absolut im rucksack du mich davor im breakout alles super alles super alles abgesprochen so leute dann sage ich jetzt schon mal tschüss was 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 das kriegt ihr als preis pro cup 40 euro psm für den ersten platz und dann einer von game mix ein pro pack dann noch eine unicorn edition und noch irgendwas ich weiß es gerade nicht ganz aber ja für ein free journey bei scheiß gar nichts ja Ja, aber bei dir auch in der ersten Map, Julia. Was ist da los gewesen hier, ja? Ich hatte niemanden in den Rucksack. Nein, aber Deski hatte dich in den Rucksack in der ersten Map. Und ich hafte dich, du hast mich voll aufgeregt. Hast du dich, hast du dich, hast du dich, hast du dich. Alter, die letzte Runde jetzt. Ich habe gedacht, ich muss Brina irgendwie umbringen. Eine Frage, ging es nach Runden oder nach Map Brints? Geht nach Map Brints, ne? Hä? Nein. Nach Runden? Nein, nach Runden. 6 gegen 6 Regeln. Natürlich geht es nach Runden. Ja, ich weiß, aber ich habe die Regeln gelesen und da steht Map Win. Nein. Doch, alleine in der Gruppenphase. Nein, nein, nein. Die SPL Rules ist nach Rundenzahlen. 21,19 ist Win, 2020 ist unentschieden. Oh mein Gott, hi Mädels! Hi! Hi Lani! Hi! Hi! Ich dachte, dass sie auch sein Wort sind. Ähm, Michelle? Hm? Ähm, gehst du jetzt offline? Ähm, denke. Denke? Weil ich weiß nicht, ich werde mal ganz kurz zwei Minuten mit den Mädels reden. Oder willst du dann jetzt schon offline gehen? Keine Ahnung, wirst du wissen. Ähm, würdest du denn jetzt noch irgendwas machen? Wenn du irgendwas noch, keine Ahnung, eins, zwei Runden spielen möchtest noch irgendwie, dann können wir das ruhig machen. Bloß ich weiß nicht, ob wir jetzt um die Uhrzeit überhaupt noch was finden. Ähm, ich geh offline. Ich geh offline, okay. Gut. Dann, keine Ahnung, schreib mir morgen oder so. Ja. Gut. Ich sag dir, was dabei alles rausgekommen ist, ne? Ach, das. Gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Gut, gut. Dann, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Danke dir auch, euch auch, was auch immer. Ja. Gut. Dann, ciao, ciao. Ah, ja. Ist er wieder da? Das Stream hat mich nervös gemacht, das stimmt. Ja, da hast du ein paar Gunfights gejockt. Gejockt. Ja, aber ich will jetzt öfter streamen. Ich will, dass sich das nämlich legt. Ich werde jetzt... Ich werde... Ich werde...